Hallo zusammen, mein Name ist Huan. Ich komme von der Firma Lin Pop-Up. Ich arbeite seit zwei Jahren bei Lin Art Design. Heute möchte ich euch den Herstellungsprozess einer 3D-Lin Pop-Up-Karte vorstellen. Um eine Lin Pop-Up 3D-Blumenkarte zu erstellen, brauchen wir folgenden Werkzeuge. Kleber, Nadel und Faser, Stoffrolle, Schere, maschinengeschnittene Einzelteile. Jetzt werde ich euch Schritt für Schritt den Prozess zeigen. Wenn euch diese Lin Pop-Up-Karte gefällt, bitte kommentiert, gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal Lin Pop-Up. Ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Bis bald. note ho ho und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018